Seh, erst wird man von einem verschissenen Stirn geweckt Der noch nicht mal beim Umzug geholfen hat und sich noch nicht mal nähernd auf den Weg gemacht hat und erst dann um 12 oder so überhaupt in den Start kommt Wir haben schon nach... Halt die Fresse 2 Hat sich deine Frau gestern nicht mehr rangelassen oder was da los? Guck mal, krieg ich bei ihm rumholen Lödisch Scheiße Oh, wie gut, dass ich das schon recorde Gut, dass Linda heute vor der Tür stand und meiner Freundin dahinter gepackt hat, wie immer Ich meine, sie soll die Hände vom Arsch meiner Freundin nehmen, sonst fass ich ihr mal an die tippen Als sie das da so verstanden hat, dass... Alter, aber ey, komm, join das... Ey, noch ein beschisseneres Game, oder was? Was ist denn da? Easy Mode? Ist doch gut, dann lass ich mir das einbilden kann Mann, es gibt eh keine Drogen, die hart genug für dich sind Gestern sind die Faculty geguckt, Mann, das waren Drogen, das solltest du dir mal reinziehen Ein bisschen Schaumformen und sowas ja genau das Richtige für dich Das war ich mit deiner Freundin beschäftigt, deswegen hat die doch keinen Bock mehr auf dich, das ist schon außer Power Ich habe meine Freundin schon geschlafen, aber jetzt fackst du hier Kackbar Ich bin ein Clan für dich, Ghetto-Fail Oh, das gibt sogar Punkte Wir haben heute hoffentlich mal ein komplettes Video als 1080p Kackbar 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 Ja, was spielen wir denn? Ja, jetzt hat er sich zweimal angeobelt auf Blattern, da ist er da Blattern, da spielen wir Alter Ist doch episch, Alter, ist doch episch Ich geh auf Ophelia, Mann, Schaumformen Rimmst du auch? Ophelia suckt, mal ganz ehrlich Nein, Mann Willst du mit, oder? Willst du mit, oder? Willst du mit, oder? Nee, du gehst mit, oder? Alter, du gehst doch nicht echt auf meine Fresse Ey, du gehst doch nicht auf meine Fresse Ey, du gehst doch nicht auf meine Fresse Ey, du gehst doch nicht auf meine Fresse Ja, ey, Ghetto, deine Mark haben besser Ophelian, als du Ey, ich fick die alle, ja Scheiße Alter, ey Das ist nicht dein Ernst Doch Ey, Ghetto, dein Micromanagement im normalen Spiel ist ja schon unterirdisch, ne? Ja Nein, ich hab mich verskillt Ey, mal ganz ehrlich Alter, bist du eine verschissene Handfrisse Ey, das kann nicht sein, Ghetto Doch, kiffe doch Dein Maul Junge, 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 Junge Wie werden die Lanesen sein? Du gehst in den Wald, denk ich mal Vielleicht kriegst du das halbwegs hin Hä? Ne, ich spiel auf Lane Flint ist solo, top Spielt sie auf Lane? Ja, geht immer durch die wir in den Wald Willst du echt auf Lanes spielen, oder was? Ist du schwul? Natürlich Oh mein Gott Das war Spaß Ey Ja, da war ich bei dir doch nicht rum Kleiner Kett Was wurde am Dings jetzt genervt? Der erste Skill macht ein Dot Es macht jetzt nicht mehr nur Initial Schaden Mehr Instant Es macht jetzt ein Dot Über 2 Sekunden 300 Schaden auf der letzten Stufe Muss man ein Skill haben, um den zu placen Also Fremdbegriff für dich, wieso Das versteh ich jetzt immer, den müssen wir nochmal erklären Oh, lass doch nicht die Bottle Du bottelst auf Ophelia? Ey, man, der geht grade 5 Maler Potions, der Fail Bob Ey, du weißt schon, dass man Ophelia Ring spielt oder Whiskering Helm oder beides, ne? Du brauchst Null Mana am Anfang, du brauchst den Damage für die Creeps, aber... Nein, Mann, ich brauch so was nicht. Nein, Mann, ich will nur nicht gehen. So, ich hab Thunder top, das ist sofort. Das halte ich so doch nicht lange durch. Thunder auf, äh, Nippura, das wird lustig. Oh, hat mich das hier gefällt. champions! Surprise, Devo natürlich Mitte. Und er kriegt sein Rod nicht mehr aus. Sonnenbruch nicht. Ich brauch hier Frühling. Ah, ok. Ja, ja. Ja, ja. Okay, die Krippe. Oh, GG Leute. Er sagt Ha Ha. Oh, ist der Scheiße. Ja, ja. Wo haben wir denn... Keine Ahnung. Bad Snapshot, hä? Ich bin raus. Habt ihr Pause? Ja, ich. Was? Unread Bits. Und weiter geht. Let's get on. Alter, ey. Wollen wir die mal umnukern? Ey, ich bin halb dauernd. Nee, billig müssen wir die umnukern. Komm her. Komm her, ich geb dir Dings. Komm her, kleiner Kek, ich geb dir Leid. Kommst du her? Oder rennst du da jetzt rein? Komm her. Oh Mensch, der links ist leicht. Komm hier oben hin. Danke. Und du hast gedacht, ich bin ein Retard. Machst du mal kriegen oder ich? Ja, mach ich. Sonderes B. Ja, guck mal. LOL, voll den Lack gehabt, Alter. Haji. 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 Ja, ich muss ihn. So, knife. Ophelia, Mist. Ophelia ist bei uns. Äh, Ophelia. Nimm so, weil ich natürlich. Ähm, Davora, Mist. Ja, ist wieder da. Witzel, Witzel기inté! Wo, genauer hat er, ist los? Er psychiatrisch Nacional이, ¿Oh, nein? Was soll ich gehen, ein Visoring Helm meintet ihr? Double Damage Standard Build eigentlich Whispering Helm, Gnomes, irgendwas was halt den Creeps auch was bringt Pull hier mal die Creeps weg, ne? Das ist kein Thema Kann es sein, dass sie unten hart am Fen Aber Devo kriegt keinen Fall Hat sie die Creeps schon Wollt auch gekommen Kommt zu euch Hier ist rechts, hol die weg Der noch weg Der noch weg Wir müssen beide Ähm, hier klebt mir gerade wer am Hintern, aber passt Wie denn? Ich starte ab Fuck, 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 fuck Ich starte ab Zwei Mittel, Devorra und Tundra Naja, lass abhauen Jojo Tundra geht wieder runter Ja Stopp mit D T binnen Dann kann es auch, Mitte, ne? Und oben auch Top ist Rune. Ich komme an Top. Ophelia, Mist. Nee, Ophelia ist da. Ophelia, du meinst ein Fohr. Ein Fohr, ja. Er hat Rune. Könnte irgendwie sein. Oben, oder was? Ja, oben. Ich komme nach oben. Ja, oben. Auf Thunder gehen wir. Ich bin da. So, Dings ist Mist, ne? Ich gehe da oben. Hier, warte, komm her, komm her, komm her, komm her. Danke. Soll ich 15 Polen? Das ist mir. Jo. Danke. Nice. Ja, wieder Mitte. Wollen wir was toppen? Okay. Okay. Unreiß. Unser Mist zieht nach oben. Holt die Rune. Gott, ist die Wauer verpeilt, ey. Ja, gutt. Ja, gutt.